Hallo und herzlich willkommen bei ideaTV. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland spricht sich für eine Liberalisierung von Abtreibungen aus. Diese könnten teilweise auch außerhalb des Strafrechts geregelt werden, heißt es in einer heute veröffentlichten Stellungnahme der EKD. Demnach solle die Perspektive der Schwangeren und ihre reproduktiven Rechte stärker in den Blick genommen werden. Die Stellungnahme bezieht sich auf eine Anfrage der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Dem 18-köpfigen Gremium gehören Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen an. Es soll unter anderem Möglichkeiten der Regulierungen von Abtreibungen außerhalb des Strafgesetzbuches prüfen. Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, kurz GEP, feiert sein 50-jähriges Bestehen. Die Festveranstaltung fand im Rahmen des zweitägigen Evangelischen Medienkongresses in Frankfurt am Main statt. GEP-Direktor Jörg Bollmann erläutert Bedeutung und Ziele des bundesweit agierenden Gemeinschaftswerks. In der Satzung steht, dass es evangelische Publizistik zu machen hat. Und evangelische Publizistik ist eine Funktion der Kirche, die in all ihren Arbeitszweigen an dem Auftrag teilnimmt, dem Kirche verpflichtet ist. Wie viele andere Medienhäuser hat das im Jahr 1973 von Robert Geissendörfer gegründete Medienunternehmen mit der digitalen Transformation zu kämpfen. Weil wir haben mit unseren Produkten und Dienstleistungen in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und zwar sowohl über Nachrichtenagentur als auch über Zeitschriften, als auch über Fernsehen, als auch über Hürfen. Und die Frage ist, wie lange gibt es noch in den Jahresfernsehen? Wie lange gibt es noch in den Jahren? Wie lange werden Zeitungen noch gedruckt? Im Zuge der digitalen Veränderungen müsse man auch die Produkte kontinuierlich anpassen und modernisieren, so Bollmann. Ich glaube, dass das eine wesentliche Bereicherung ist für diese Gesellschaft und auch für diese Mediengesellschaft, dass wir aus den unterschiedlichen Perspektiven evangelisch-publizistisch wirken. Nämlich aus der Perspektive von Jesus Christus, aus der Perspektive von Evangelium und das heißt also auch an der Seite der Schwachen mit einem barmherzigen Herz. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.